Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stundo Gaming und wie ihr hier sehen könnt, gehen wir mal heute wieder eine Runde. Hallo, super. Ich würde sagen, wir gehen auch direkt hier in die Tür rein und an unserem Computer. Und wir haben wieder elf neue Nachrichten. Aber davor will ich euch mein neues Bar jetzt mal zeigen. Ich weiß gar nicht, ob ich es euch gezeigt habe, beziehungsweise so neu ist es nicht. Also, ja, ähm, Licht habe ich jetzt mal. Also ich habe hier alles neu gekauft. Ähm, das kann ich nicht machen, weil ich irgendwie dieses Feature noch nicht habe. Also hier fehlen noch zwei und da ist unter anderem das drin, was ich noch nicht machen kann. So, deswegen habe ich mir überlegt, will ich mal gucken, ob es tatsächlich hier drin ist. Ähm, befreie mich von diesen schrecklichen Farben. Äh, süß auch. Naja, zweites Bad benötigt. Hm, Badezimmer und Werkstatt. Ja, können wir machen. Ich bräuchte halt irgendwas, wo ich dann halt das machen muss. Ey, das wäre so geil. Ey Leute, ich habe heute noch nichts gegessen, also entschuldigt mich, wenn ich, äh, wenn ich nicht so viel sage. Ich versuche aber jetzt viel zu sagen. So, wir laufen auch direkt los in die Tür rein. Ähm, ja, gut. So. Äh, warte. Werkstatt. Das ist die Garage. Das ist die Küche. Das ist das Wohnzimmer. Ah, ja. Gegenstand verkaufen. Okay. Das. Das. Alles hier verkaufen. Alles weg hier. Weg, weg, weg. So, Fotorathaus. Achso, das hier. Das nicht. Das ist hier noch. Ändern Sie die Anordnung. Baue Wände ab. Okay. Äh, diese Wände hier. Die sollen weg. Dann machen wir das doch mal ganz schnell. Also, die sollen hier weg. Dann machen wir das. Wir sind ja überhaupt der Baumeister. Wir können sowas. So. Reifen wir das hier mal an. Ein. So, so. So. Zack. Oh. Hä. Hä. Leute, ich kann's aufdrehen. Ähm. Ja gut, also, wenn ihr eine Badewanne mitten im Nirgendwo haben wollt, könnt ihr dies gerne haben, ne? So ist es nicht. So, baue die Wände ab. Hab ich doch schon. Die Wände sind doch schon weg. Ne, die Wände sind weg. Ah. Gegenstand verkaufen. Hä? Ist doch. Gegenstand verkaufen. Foto, Rathaus. Ach, die meinen hier. Ja, ich hab doch alles verkauft. Mehr gibt's hier gar nicht. Bild, Raum am Rande eines Wasserfalls. Hier ist doch gar kein Bild mehr. Was weh dieses Spiel von mir? Aue die Wände. Ich soll jetzt 19 Wände wieder bauen. Hell. Leute, ich mach mal kurz neu. Wartet einen Moment. So, also, das hat irgendwie nicht ganz funktioniert. Deswegen gehen wir einfach nicht Renovierung. Auftrag zum Aufräumen einer Garage. Das machen wir jetzt. Ich hab keine Ahnung, warum das jetzt so ein bisschen rumgepackt hat. Ist mir aber auch ganz egal. Ähm, da machen wir halt den Job einfach nicht. Ähm. Sondern einfach ein Neuen. So, also, wir sollen hier die Garage sauber machen. Da seh ich das doch schon. Ah. Geht hoch. Ja, gut. Ähm. Also, ich frag mich, wie man das schafft. Wie schafft man das? Wie kann man das schaffen? Ey, das ist doch unmachbar. Keiner kriegt sowas hin, außer dir anscheinend. Naja. Das kriegen viele hin. So auszusehen. Okay, den darf ich nicht weg. Aber der. So, alles weg hier. Zack. 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 Dann machen wir das hier einmal alles weg. Damit es schön sauber ist. Zack. 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 Ja, das Auto muss natürlich auch noch sauber gemacht werden. Man kennt ihn. Oh, ist jetzt hier noch Schmutz. Ja, wahrscheinlich hier hinten. Ja, tatsächlich. Meistens ist das nämlich alles hier hinten immer noch. Oder an den Decken halt. Aber das ist ja nicht so schlimm. So, dann machen wir das hier einmal alles weg. So, 98%. 100. So, und jetzt sollen wir nur noch das Fenster reinigen. Dann können wir das hier wieder hochfahren. So. Zack. Okay, aber ich muss noch irgendwas machen. Ah, den Raum hier noch. Der Raum muss ja auch noch schön sauber gemacht werden anscheinend. Warte, ich klinge ein bisschen anders, weil ich krank bin. Also nicht wundern. Merkt man ja vielleicht ein bisschen auch. Ich hoffe, es ist nicht all so schlimm. Räume den Müll auf. Dann die Verschmutzung muss weg hier natürlich. Das geht ja so nicht. Dass hier alles rummelig ist. Deswegen alles hier schön wegrutzen. putzen. So. Zack. Auch noch die Wände hier. 95%. 5% fehlen noch. Egal, ich mache jetzt erstmal das Fenster. Ich mache jetzt erstmal bis hier. Äh, so. Ich bin hier hoch. Ja, aber hier ist halt nix. Ah, jetzt. Perfekt. Auftrag. Ausgeführt. Und am Prozent des Auftrags erledigt. Nice. Haben wir erledigt. Ich muss kurz was trinken, Leute. Sala, das war ein bisschen zu laut. So. Dann lädt das Ganze hier. Und hier würde ich auch schon sagen, Chat, dass das schon das Video war. Da ich nämlich krank bin, kann ich leider keine Videos jetzt drehen, die etwas länger gehen. Ich hoffe, das ist nicht all so schlimm. Auf jeden Fall werden, wenn ich wieder gesund bin, irgendwann mal, in 100 Jahren, werden auf jeden Fall wieder Videos kommen, die nicht jetzt neun Minuten oder so gehen, sondern schon 12, 13, 14, 15 Minuten, ne? Ja. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal gerne ein Like, Abo und Kommentar da. Im nächsten Video sehen wir uns wieder. Ähm, schaut doch gerne auf meinem Diskurs hervor. Ich kann mir nicht mehr reden, ne? Diskurs hervorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Eure Leute, euer Cento. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.